Okay, die hat genau in dem Moment gestartet, dann hier kommt Super Mario. Boah, die startet auch direkt, ja sag mal. Willkommen zurück, meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen, zu neuen Runden Quick Survival Games Uncut. Und zwar mit der Besonderheit, dass es meine allerersten Runden sind, nachdem ich fünf Tage lang kein Minecraft gespielt habe. Ja, fünf Tage kein Minecraft, was ist los mit dir, Lumpy? Es liegt einfach daran, ich war das Wochenende, ja, verreist. Heißt, ich war Freitag, ich bin Freitag gefahren und war dann jetzt gestern, also am Dienstag wieder da und konnte halt in der Zeit kein Minecraft spielen. Und ich denke mal, das wird sich jetzt ein bisschen bemerkbar machen in den Runden. So, jetzt gerade nicht unbedingt, einfach weil ich nichts dafür kann, dass ich keine Waffe habe. Aber sollten wir gleich irgendwann an eine Waffe kommen, wird man, denke ich, mal schnell sehen, was das Problem bei mir ist. Okay, hier erstmal die Sachen holen. Äh, zack, alles klar. Uiuiuiui, ein Herz. Ein Herz. Ich hoffe mal, der kommt nicht mit dem Bogen. Nein, kommt der nicht. Alles klar, dann können wir hier nochmal die Runde drehen. Können wir hier nochmal ein Stückchen laufen. Weil, was meine Treffer, uiuiui, was meine Trefferwahrscheinlichkeit angeht, wird das ziemlich schlecht sein, vermute ich mal. Einfach weil ich jemand bin, der echt lange Zeit braucht, wenn er länger nicht gespielt hat, sich wieder einzuspielen. So, schauen wir mal hier mal hinter uns. Okay, da ist jemand. Und dann locken wir mal den hier zu dem anderen Kollegen. Komm, bleib mal stehen, bitte. Hallo. Er Play Game. Bleib mal stehen, du. So, ich gebe dir mal ein paar Hits, so, damit er auf den Gegner aufmerksam wird. Ich weiß nicht, ob das gut geklappt hat. Ich weiß es nicht. Ich müsste auch gleich was essen. Ja, der ist immer noch hinter mir. Gut, da wage ich auch noch. Alles klar. Heyho. So, hier kann... Oh, jetzt gehe ich in die Kiste. Die Diabrus haben wir uns geholt. Perfekt. Genau das, was ich wollte, hat er liegen gelassen. Meine Güte. So. Zack, 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 zack. So. Alles klar. Unser Kampfequipment steht. Ist jetzt nicht das Beste. Aber dafür, dass wir in der Runde eigentlich gar nichts hinbekommen haben, ist das gar nicht mal so schlecht. Das ist zudem die erste Runde. Nach fünf Tagen ohne Minecraft. Wohl bemerkt. Ich will es nochmal erwähnen. So, hier in den Kisten ist aber auch nichts mehr. Doch, hier ist sogar die Angel, die ich gesucht habe. Perfekt. Mensch, was für ein Glück am Ende hier. Das gibt es ja gar nicht. So, schauen wir mal, wie viel leben noch. Zwei Leute noch. Okay. Dürfte vielleicht machbar sein. Der eine rennt vor dem anderen weg. Heißt, der eine dürfte geschwächt sein. Vielleicht kann ich ihm hier noch einen Hit geben. Ah, ne. Okay, no chance. No chance. Gut. Dann auf ins DM. Und dann mal gucken, was sich hier so machen lässt. Der eine ist unten. Hat er ein Eisenschwert? Alles klar. Okay. Kümmert euch ein bisschen. Kümmert euch mal ein bisschen um euch. Ich geh erstmal auf den mit dem Eisenschwert da hinten. Jetzt kommt der da hin. Oder wie? Oh, jo, jo. Jetzt sind wir eingekesselt. Jetzt sind wir eingekesselt. So, nochmal da hinten drauf. Oh, lausigstes Bow Aim ever. So, konnte ich ihm Hit mitgeben. Noch. Ein Hit. Oh, da kommt der Region-Effekt jetzt. Da kommt jetzt der... Oh, jetzt holt er sich das Eisenschwert, ne? Oh, egal, egal, egal. Wir müssen reggen. Vielleicht können wir uns die erste Runde hier wirklich schon... Ja, er hat das Eisenschwert, ne? Ja, er hat das Eisenschwert. Oh, nein. Das ist unser Untergang. Ja. Okay. Alles klar. Die Schuhe noch geholt. Und die Pfeile hat er auch. Mensch, Herr Jemine. Schade. Da haben wir den so gut abgestaubt. Jetzt schauen wir mal. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Äh, ich glaube der letzte, ja. Gut. So, er hat Pfeile. Dann gehen wir mal hier weg. Weg, weg, weg. Wir haben ihm eigentlich gut gegeben. Was war das für eine krasse Kombo. So, komm mal runter. Okay, er hat aber auch Probleme. Er hat auch Probleme. Sonst wird er runterkommen. Ich treffe ihn halt nicht. Jetzt rauf, wenn er ist. Oh, schade, schade. Müssen wir uns hier knapp geschlagen geben in der ersten Runde. Egal, ab in Runde Nummer 2. Okay, die hat genau in dem Moment gestartet. Dann hier kommt Super Mario. Boah, die startet auch direkt, ja, sag mal. So, dann nehmen wir hier Kauf. Mensch, sowas. Sowas böses, du. Egal. Runde Nummer 2. Auf der Map Cove. Also, das war ja gerade nicht so schlecht. Muss ich ja mal sagen. Egal. 3, 2, 1. Ab ins Getümmel. Okay, ein bisschen Goldrüstung. Alles klar. Ist so das Goldene vom Ei, würde man sagen. So, da wird ein bisschen verklickt. Hier, zack, okay. Rüstung steht, geht in Ordnung. Dann holen wir uns den hier, der hat nämlich ein Eisenschwert. Arm Fischer. Mit dem Aim des Todes. Wie ich ihm keine Hits gebe, ne. Das ist das Problem, was ich meinte. Das ist einfach die Sache, dass ich nicht eingestibiert bin. Teamt ihr beiden? Loll. Beide? Alter. So, der andere kann ruhig kommen. Aber nicht so mit dem Bogen. Das gefällt mir nicht. Oh, wie ich... Alter, wie ich sie aber noch kriege. Durch den Rüstungsvorteil. Treffen tue ich gar nicht. Also, sieht für mich so aus, dass ich einfach die ganze Zeit in die Gegend rumschlage. Ja, da habe ich wirklich nochmal eine Kombo. Da haben wir ihn in der Kombo. Egal, egal, egal. Das 10T dürfte mich so viel drücken. Oh, jojo, das summiert sich. Das summiert sich. Nein, nein, nein. Nein. Als ob. Jetzt ernsthaft. Mann, was... Wie viel Pech kann man denn nur haben? Wir hatten so gute Sachen und dann sowas. Oh, Mann. So, egal. Map Raid. Ründchen Nummer 3. Zack. Okay. Alles klar. Geht in Ordnung. Nehme ich mal alles hier mit. Kriegt das kein anderer Schlawiner hier aus der Runde. So. Nehmen wir mal hier drauf. Ui, 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 ui. Also, was ich hier die ganze Zeit für knappe Dinger habe, ist schon... Ist schon Glück. Also, muss ich gerade mal sagen. Hier ist eine Stegi. Ui, ui, ui. Ab, weg mit dem. Den können wir nicht gebrauchen, du. Den guten Stegi. Aber der hatte auch nur Range. War aber auch schon nicht mehr lecker, du. So, da hinten sind wieder welche. Abmarsch ins Getümmel. Der Lumpi stürzt sich ins Getümmel. Nanana, Lumpi ins Getümmel. Oh, wir sind nur noch 6 Leute. Das gibt's ja nicht. Komm, bleib stehen. Ah, okay. Er guckt immer 5. Okay. Aber er hat trotzdem gerade Probleme. Oh, präziser Bogenschuss. So, nix mehr dabei. Nein. Dann da hinten. Den nächsten Schlawiner. Okay. Er kann natürlich angekommen. Warum kriege ich nicht hin gerade? Ich habe... Dezent ein Problemchen. Dezent. Ganz dezent. Komm her. Wo ist er? Von wo kommst du, na? Von wo möchtest du denn kommen? Okay, von rechts. Komm her. Okay, ich habe ihn getroffen. Er mich nicht. Ist klar. Herr Kommissar. TNT haben wir natürlich auch nicht. Mensch. Egal. Dann einmal Inventar ausräumen. Ist ja jetzt gleich Deathmatch. So. Wo ist denn der Ganove? Der ist doch da noch drin, oder? Bestimmt. Das niegt sich da irgendwo hin. Egal. Den kriegen wir auch nicht mehr, ne? Ne. Das war der sogar. Zu dritt, oder? Ja. Einer ist unten. Einer ist unten. Einer ist unten. Oh, er hat keine Hose. Gut. Der dürfte nicht so stark. Der andere ist AFK, oder was ist los mit dem? Ne. Das ist doch nicht AFK. Hä? Was sind das für Leute? Okay. Machen wir ein bisschen vorsichtig. So. Komm. Lass den TNT mal in Ruhe. Ja, ihr kämpft mal ein bisschen. Oh mein Gott. Alter. Lol. Der hat das Spiel verlassen, oder was? Lol. Was ist das für ein Ende? Ja gut. Ich würde sagen, Runde gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich wieder mit besseren Skills. Bis dahin. Bleibt der Lumpig. Haut rein. Ciao. Ciao.